Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben, hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Reiner Geist sind wir in Wahrheit, still, ewig vereint im Vater, wir ruhen im Einssein, im Geiste Gottes, liebevoll getragen, zärtlich ummantelt von seiner tiefen Liebe für uns. Wir sind so geheiligt, so gesegnet, voller Licht, das auf unseren inneren Altar leuchtet. Dort in uns erblüht die weiße Lilie, die Blume der Vergebung, so mächtig. Die großen Strahlen vereinen sich zu einem großen Strahl, das Christuslicht, das durch jeden von uns wirkt. Der Himmel in uns ist weit offen, das Herz tief berührt, das Vertrauen in Gott fundamental. Reiner Geist sind wir, heilig und vollkommen, der immerwährende Sohn Gottes, ruhend in der Sohnschaft, im Einssein der stillen Ewigkeit in Gott. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben, hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Amen.